Geschichte, die in Stein gemeißelt wurde Viele Kraftorte, die wir heute noch kennen und verehren, existieren bereits seit Jahrtausenden. Die Bewohner der frühen Hochkulturen auf der ganzen Welt waren hervorragende Astronomen, Mathematiker, Bauherren und Architekten. Sie lebten und bauten im Einklang mit der Natur und zu Ehren der Götter, die sie anbieteten und gnädig stimmen wollten. Ihnen war die Bedeutung, die der Natur für das Wohlergehen von uns Menschen zukommt, mehr als nur bewusst. Die logische Konsequenz aus dieser respektvollen Haltung, für ihre religiösen Gepflogenheiten, von kultischen Riten bis hin zum Errichten von Tempelanlagen, stand immer ein Naturphänomen Pate dafür. Dabei spielte die Winter- oder Sommersonnenwende ebenso eine tragende Rolle wie Heilquellen, die Orientierung anhand von Sternenbildern oder die vier Himmelsrichtungen. Kraftorte haben quer durch die Weltgeschichte jedenfalls eines gemeinsam. Ihr Errichten war niemals das Produkt reinen Zufalls oder einer Laune. Dass dieses Phänomen kein lokal begrenztes, sondern ein weltweit anzutreffendes darstellt, können zahllose Beispiele auch heute noch eindrucksvoll belegen. Nummer 1 Stonehenge in England Der wohl bekannteste und vermutlich inzwischen auch am besten dokumentierte Megalith-Kreis steht in der Nähe des englischen Städtchens Salisbury in der Grafschaft Wildshire. Der imposante Steinkreis wird von Archäologen auf ca. 3100 v. Chr. datiert. Die Forscherteams gehen inzwischen davon aus, dass Stonehenge in einem größeren, kultischen Kontext mit kleineren Anlagen quer über ganz England verstreut zu sehen ist. Unzählige Theorien ranken sich um die ursprüngliche Bedeutung und Nutzung dieses Bauwerks, welches nicht nur ein enormes Maß an physischer Stärke, sondern auch an minutiöser Planung bedurft haben musste. Wissenschaftlich fundierte Beweise fehlen jedoch bislang, weshalb Stonehenge seine Geheimnisse wohl noch eine Zeit lang erfolgreich wird hüten können. Fakt ist jedoch, die Sonne zeigt sich in den frühen Morgenstunden des Mittsommertages exakt oberhalb des sogenannten Fersensteins, der die imposante Mitte des Konstrukts bildet. Dieser ganz besondere Sonnenaufgang taucht das gesamte Heiligtum in ein faszinierendes, fast mythisch anmutendes Spiel von Licht und Schatten. Die Theorie, Stonehenge diente ursprünglich als eine Art prähistorischer Kalender, konnte sich daher am ehesten durchsetzen. Wie so viele Kraftplätze wurden auch das ehrwürdige Stonehenge inzwischen Opfer schamloser touristischer Ausbeutung. Doch nicht einmal das konnte diesem wahrhaft magischen Ort seine spürbare metaphysische Energie nehmen. Sogar inmitten von riesigen Menschenansammlungen können auch kritische und tendenziell eher weniger spirituelle Menschen seine Macht und Erhabenheit spüren. Nummer 2. Die Osterinseln im Südpazifik Noch mysteriöser als es bei Stonehenge der Fall ist, gestaltet sich die Geschichte der beeindruckenden Steinfigurin auf Rapa Nui, umgangssprachlich hauptsächlich als Osterinsel bekannt. Sie ist Teil einer Inselgruppe im Südpazifik und konnte selbst unter Zuhilfenahme neuster technischer Methoden, die der modernen Archäologie inzwischen zur Verfügung stehen, ihre Geheimnisse erfolgreich für sich behalten. Bis heute konnte keine einzige wirklich schlüssige Theorie dargelegt werden, wie diese Megaliten einstmals errichtet wurden und vor allem von wem. Ursprünglich soll es über 1000 dieser Moai auf der Insel gegeben haben. Nummer 3. Uluru Plateau oder Ayers Rock in Australien Die Eroberer nannten ihn Ayers Rock. Die Ureinwohner Australiens kennen diesen Berg schon seit Jahrhunderten unter dem Namen Uluru. Er liegt mitten in der Wüste des Northern Territory und wäre mit seinen 350 Höhenmetern eigentlich mehr Hügel als Berg. Doch seine charakteristische Form und der leuchtend orange-rote Sand lassen seine mystische Kraft schon aus der Ferne erahnen. Für die Ureinwohner ist der Uluru heilig. Er hat auch eine besondere Bedeutung in ihren legendären Traumzeiterzählungen. Auch zahlreiche Felsenmalereien in den Höhlen am Uluru verweisen auf die lange Geschichte dieses Kraftplatzes. Das magisch wirkende Farbenspiel, welches sich je nach aktuellem Stand der Sonne völlig unterschiedlich darstellt, bestätigt den Kraftplatz Uluru jeden Tag aufs Neue. Nummer 4. Machu Picchu in Peru Die wohl berühmteste Stadt der Inka wurde im 15. Jahrhundert nach Christus in über 2400 Metern Höhe errichtet. Zu ihrer Blütezeit wohnten an die 1000 Bewohner dort. Rund 200 Gebäude aus Stein können noch heute dort mit Ehrfurcht bewundert werden. Die Highlights bilden die Intiua-Tanason-Ohr sowie der sogenannte Wasserspiegel, in welchem sich das Firmament des Himmels auf der Erde spiegeln soll. Seine heutige Bedeutung verdankt Machu Picchu eher der architektonischen Meisterleistung seiner Erbauer als kultischen Theorien. Dennoch raubt dieser Ort seinem Betrachter immer noch den Atem, was sicher nicht nur im geringen Sauerstoffanteil der Luft liegt. Nummer 5. Die bosnischen Pyramiden Wer denkt, dass es solche Bauwerke nur in Ägypten und Südamerika zu bewundern gibt, sollte unbedingt einen Ausflug in die Umgebung der Stadt Visoko in Bosnien-Herzegowina unternehmen. Jahrelange wissenschaftliche Dispute konnten allerdings letztendlich klären, dass diese deutlich als Pyramiden wahrzunehmenden Ausformungen weder von Außerirdischen noch von einer bislang unbekannten frühen Hochkultur stammen. Diese einprägsamen Landschaftsformen haben sich im Laufe der Zeit aus den Ablagerungen von See- und Flussedimenten gebildet, und das bereits vor mehreren Millionen Jahren. Diese wissenschaftliche Ernüchterung nimmt den europäischen Pyramiden jedoch nicht völlig ihren Zauber. Einmal dort Kraft zu tanken, lohnt sich und schadet nicht. Nummer 6. Rila in Bulgarien Auch dort zeugt heute noch ein Kloster davon, welchen mächtigen spirituellen Einflüssen dieser Ort im Laufe der Zeit ausgesetzt war. Der Legende nach soll der spirituelle Meister, Bain Sadorono, der Gründer der universellen Weißen Bruderschaft, im Rila-Gebirge seine Weisheit empfangen und an die Menschen weitergegeben haben. Die wunderbaren Seen der Gegend rund um Rila wirken wahrhaft magisch und verströmen noch heute ihre Kraft. Zahlreiche Legenden sprechen von der heilenden Wirkung des Wassers und diversen spirituellen Erfahrungen, die Menschen vor Ort bis in die Neuzeit hinein immer wieder erfahren durften. Nummer 7. Sukhothra im Indischen Ozean Wer Flora und Fauna der ganz besonderen Art sucht, wird auf dieser Insel bzw. Inselgruppe im Indischen Ozean fündig. Die Landschaft könnte direkt aus einem anderen Kosmos stammen oder aus einem Paralleluniversum direkt auf unsere Erde gebeamt werden sein. Wer spirituelle Energie gerne mit Animismus in Verbindung bringt, wird auf Sukhothra eine wahrhaft bewusstseinserweiternde Erfahrung machen dürfen. Mehr als ein Drittel der ca. 800 dort heimischen Pflanzenarten kommt sonst nirgends auf der Welt vor. Unter den Tierarten sieht es ganz ähnlich aus. Die relative Isolation, in welche Sukhothra sich im Laufe der Jahrhunderte zurückziehen konnte, zeichnet hauptsächlich für diesen Artenreichtum verantwortlich. Er ist es auch, der dieser magischen Insel den Beinamen Galapagos des Indischen Ozeans eingebracht hat. Stumme Zeugen der Geschichte. Es ist eigentlich kein Wunder, dass diese magischen Orte im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte schrieben. Doch so weit in die Ferne schweifen muss man ja gar nicht, um Kraftplätze mit einer historisch bedeutsamen Geschichte zu finden. Immer wieder bringen archäologische Ausgrabungen im christlichen Kirchen Funde zu Tage, die auf eine religiöse Nutzung lange vor dem Einzug der christlichen Religion hinweisen. Besonders Wallfahrtskirchen, die sich in exponierten Höhenlagen befinden, auf Hügeln oder Felsvorsprüngen, haben so gut wie immer eine heidnische Vorgeschichte. Ob der Umbau dieser Kultstätten die Vorgängerkulte im wahrsten Wurzeln auslöschen sollte, oder ob man sich einfach nur ganz pragmatisch der bereits vorhandenen Baumaterialien bedienen sollte, sei dahingestellt. Die Wahrheit wird wahrscheinlich auch hier irgendwo in der kraftvollen Mitte zu finden sein. Wenn Dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Es kostet Dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald! Vielen Dank!